Das Auto wurde echt nur getreten, nur gefahren. Hier, die waren schon kaputt. Das haben wir auch mal, das ist ein neuer Tipp. Also das kenne ich ja bei den alten Mercedes, auch bei der C-Klasse und so. Rauspressen, reinpressen, alles kein Problem. Aber bei dem hier, mit dem Luftfahrwerk hinten, ist es ein bisschen anders, das wusste ich selber nicht. Und hier zwischen ist das Lager gewesen. Dieses Lager kommt so raus, dass ihr den abbauen müsst und dann so rausholen müsst. Also quasi so. Der geht nicht hier raus, weil er hier eine Kante hat und da eine Kante hat. Ich wusste es nicht. So, tief spült hier. Boah, das werde ich mal sehen, ob das nicht so passt. Ohne Probleme geht hier gar nichts, Kollege. Jetzt müssen wir den bis zum Anschlag reinpressen und danach die andere Seite reinpressen. So, pressen wir das Ganze. Schön, bis es nicht mehr geht. Hopp. Und dann hat man so ein Lager so zusammengepresst. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, ne? Boah, überhaupt kein Spiel. Ja. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht, dass das so, so wird. Und wir haben probiert und gemacht und getan. Gut. Ich hoffe mal, dass der auch hält. Das Ding hier zusammengepresst. Jetzt geht er so rein und jetzt hat er kein Spiel mehr. Ja, das ist auch geil. Guck mal, was wir gesehen haben. Leute, das waren wir aber nicht. Achtet mal. Also, wenn das Auto hier nicht mehr anspringt, wissen wir Bescheid, wo wir suchen müssen. So, Eidosch. Hi. Hi. So, wir haben die Handbremse gerade gemacht. Okay. Willst du mal sehen, wie eine Handbremse funktioniert? Ja, bitte. Ich bin sehr interessiert. Handbremse haben wir ja auch neu. Oh. Gerade noch erwischt hier. Boah, jetzt. Fußhandbremse. Das geht natürlich hier nicht, weil wir jetzt schön alles aus Spannung haben. Aber ich versuch's ein bisschen. Zack. Dann zieht er sich. Hier siehst du. Das ist doch schon. Dann zieht er sich. Ne. Ne. Ist gar nicht so einfach, wahrscheinlich ist das einfach so zum Zeigen. So bauen wir das Ganze ein. So, dann haben wir hier Querlenker. Guck euch die Risse an. Der hat schon hier sein Öl drinne verloren. Hier vorne. Okay, der ging noch. Hier hinten. Das ist noch ein Originalteil. Alles ist ausgeschlagen. Leute, guckt euch da mal die Risse an. Das Auto wurde echt nur getreten, nur gefahren. Vielleicht sogar nicht mal Ölwechsel gemacht. Ja, wer ist das? Ich habe hier den Innenraumfilter abgebaut. Wie hat der TÜV bekommen? Keine Ahnung. Wenn wir hier schon alles ausgebaut haben, dann die Dinger erneuern. Ob die kaputt sind oder nicht. Hier, die waren schon kaputt. Das ist ziemlich zerfleddert. Genau. Aber ich zeig dir nochmal was cooles. Und natürlich auf jeden Fall mal kontrollieren. Ganz, ganz wichtig. Aber der ist alles in Ordnung. Also der war noch gut. Der war jetzt nicht schlecht. Könnte man trotzdem noch nehmen. Ja, aber wir haben es jetzt sicherheitshalber einfach rausgehauen. Und dann gibt es dazu natürlich ganz neue. Die haut man dann wieder vorsichtig drauf. Ihr könnt hier draufschlagen. Da ist auch so eine Kerbe. Also ihr könnt den sowieso nicht zu tief oder so machen. Also macht euch ja den Kopf. Hier ist auch nicht schlimm, wenn ihr hier schön draufhaut. Wichtig, dass ihr hier nichts macht. Und dass ihr den nicht so presst oder so. Nochmal befüllen. So, die drückt sich schön runter. Jetzt machen wir ja die Bremsen ein, Aldosch. Neuen Bremssatteln, neuen Bremsschlauch. Hinten machen wir die Schläuche erstmal nicht, weil ich keine Bremsleitung da habe. Oh. Ja, die machen wir dann später, die Bremsleitung. Ist ja nicht schlimm. Machen wir mal einen Rahmen mit der neuen Bremsleitung. Die Naben haben wir schon mal sauber gemacht für die Bremsen. Alles blitzeblank. Ja, so muss es auch sein. Ach du heilig, guck. Hier die Manschette ist tot. Da kommt natürlich schön Wasser rein. Ja, die Manschette müssen wir auf jeden Fall erneuern. Oh, komm, versuch mal die rauszuholen. Oh, die sind sehr schwergängig. Kein bisschen Fett, super. Die müssen wir alle schön reinigen. Zwei Bremssatteln haben wir auch schon. Sehr schön. Das der hat ja schon kurz her, wie kaputt die sind. Ja, das ist gut. Diese Löcher müssen wir richtig schön behalten. Ja. Muss das auch eingefettet werden? Ja. Ja, das passiert ja, wenn du halt eine kaputte Manschette hast. Ja. Da kommt Wasser rein. Und dann fängt das an zu rosten. Und dann hast du ja. Jetzt müssen wir die hier sauber machen, Aldos. Okay. So. So ist gut. Und so wird er nachher. Wunderbar, oder? So. Machen wir da ein bisschen Fett drauf. Ein bisschen zufrieden, aber nicht schlecht. Jetzt haben wir drinnen. Achte. Aldos. Bam. 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 Das muss es sein. Ja. Sehr schön. Ah. Ja, hier rostet das ja gerne. Ah, genau. Da sieht man ja auch die abgegetragenen Stellen sozusagen. Ja, einfach noch ein bisschen. Ja, einfach noch ein bisschen. Das war's. Alles sauber. Sehr schön. Das ist gut. Und das andere auch noch. Genauso viel. Super. Guck mal, siehst du, wie der da wieder zurück kommt? Ja, merk ich. Das ist richtig so. Der darf nicht hängen bleiben. Das ist richtig. Jetzt wieder raus? Und jetzt fest. Super. So muss das sein, Aldos. Schön. Gucken, dass ihr jetzt Fett rein ist. Super. Der ist auch okay, ne? Hier ist schon mal eine Schreibe. Nicht schlecht. Ha. Die zahlt sich. Super. Schön. Das ist gut. Das ist gut. Nein, nein, das ist okay. Das ist gut. Super. Jetzt machen wir die Bremsschläuche. Bremsschläuche ab. Dann können wir den alten Säffel auch noch wegmachen. Heinrichschein machen wir auch ab. Vorne und hinten sind ja gleich. Und der war ja auch richtig kaputt, ne? Lass sie die jetzt nie gewechselt haben. Guck das mal. Du Risse, ne? Da war auch nicht mehr. Ja. Also da merkt man, dass das Auto null gepflegt wurde. Wenn euch gleich bei Mercedes eingebunden. SGF. Wenn ihr das bei Mercedes bestellt, kriegt ihr das von Febi. Wahnsinn, ne? So. Schön fest. Mal drin. Zack. 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 Dann auf ist's. Das war's. Super! Das liebe ich, wenn das so schnell geht hier. Wow, fest! Fest! Wow! Wenn man das so schön sauber macht, hat man keine Probleme mit dem Brennen. So, das dauert keine paar Sekunden. Und guck mal, wie die schön glänzen. Und jetzt machen wir da noch überall eine Schicht, bisschen Fett drauf, so ganz wenig. Und das ist das Wichtigste. Das ist so wichtig. Wir sind fertig. Ich bin auch fertig. Das haben wir jetzt alles erneuert. Wahnsinn, also die Achse hinten nicht, das ist eine V6-Achse. Aber die ganzen Sachen, Wahnsinn. Ich glaub, da fehlen sogar ein paar Sachen. Bremsschlauch und Bremsleitung, die müssen wir auch noch machen. Was natürlich sehr, sehr wichtig jetzt ist, eine Achsemessung. Natürlich Ölverlust erstmal nicht beachten. Guck mal, kein Spiel mehr. Ah, doch, Spiel hier, weil die das hier noch nicht festgemacht haben. Wegen der Dings, ne? Genau. Das Spiel, weil... Hör auf, ey, kein Spiel hier. So, natürlich, Spur eingestellt haben wir den nicht. Hier ist locker, na klar, wegen der Spureinstellung. Aber wir haben alles auf Spannung angezogen, die ganzen Strom. Die werden wir natürlich bei der Spureinstellung nochmal lösen und nochmal festziehen. Zeig ich euch aber bei der Spureinstellung. Weil wir werden jetzt keine Probefahrt machen erstmal. Nach der Spureinstellung, wenn wir die Probefahrt machen. Aber das ist doch geil was. Alles ist neu vorne, alles. Das ist schön. Traggelenk, Querlenker, Querlenker, innen, Querlenker, unten, vorne und so weiter und so fort. Ist ein bisschen dreckig. Wir werden das Ganze nochmal... Ölverlust kommt ja noch. Die Karamelle haben wir ja gemacht. Bei der HD-Scheibe haben wir ja neu gemacht. Hinten komplett alles neu. Die ganzen Lager haben wir neu gemacht. Vorne die Lager haben wir neu gemacht. Bis eigentlich Luftbalken und Stoßdämpfer ist eigentlich hinten auch alles neu. Wahnsinn. Hier die Spureinstellung müssen wir ja auch noch machen. Da zeige ich euch auch, wo man hier einstellen kann. Hier ist ja die Spurstange. Das wird auch sehr interessant. So, jetzt nur noch die beiden Leitungen hier. Eidosch. Der wurde ja schon mal gemacht, aber der hat wieder gerostet. Und hier die Leitung werden wir noch machen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Diese Leitung hier. Die alten. Genau, das zeige ich euch auch nochmal. Hier. Oh mein Gott, der kommt ja richtig raus. Interessant sowas, ne? Auf jeden Fall. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Ding so raus springt da. Mhm. Ja, okay. Da waren alle Querlenker, waren noch das Originale. Aha. Das war erschreckend. Die hatten alle Risse gehabt. Die werden alle ausgeschlagen. Die laufen. 650.000 in 17 Jahren. Mhm. Also bei dem Wagen wurde echt nur das Nötigste gemacht. Wir werden das jetzt als Rally benutzen. Aber jetzt stellen wir vor, ihr fährt mit einem Taxi rum, der solche erhebliche Menge hat. Also ich sag dir, wenn wir jetzt hier mit einer Drahtbürste richtig drauf gehen, die wird platzen. Ja, die eine, die habe ich auch gesehen. Das ist extrem verrückt. Also ihr fährt mit, der muss voll stark bremsen. Passt, bremst auch, alles super. Dann fährt der nochmal so gemütlich auf der Autobahn Richtung Flughafen, sag ich mal. Und dann will er auf einmal von 120 einmal runter bremsen. Geht nicht mehr. Weil die Leitung dann auf einmal geplatzt ist. Hier, Jumabe. Schöne Grüße. Da werden wir den auch prüfen. Jumabe kommt als erstes, geht hier rein, macht den hier auf, guckt diese Leitung an. Und dann macht er das hier runter, guckt er hier diese Leitung an. Das ist das erste, was er macht bei diesem Fahrzeug. Der guckt sich da vorne an, der guckt sich die Querlenker an. Okay, hinten schlagen die nicht so wild aus. Wenn er jetzt kein Spiel hier hat, ist hier auch so gut wie nie was ausgeschlagen. Muss man auch sagen, aber hier gibt es viele Sachen, was ausschlagen kann. Und das guckt er sich alles an. Und das ist sehr, sehr wichtig bei so einem Auto. Und das hätte man schon beim letzten TÜV sehen müssen. Ja klar. Haben die das erneuert. Stimmt, guck mal, hier sieht das da. Genau. Die haben einfach hier schlecht gebürfelt. Und beim Bürfeln haben die... Du hast ja auf diesen Bremsleitung Schutzummatten. Das haben die schon kaputt gemacht. Das ist ja eine Stahlleitung. Und wenn du die Schicht schon mal kaputt machst und dann dran machst, okay, hält ein Jahr, hält zwei Jahre. Aber im Endeffekt haben wir dann zu rosten. Wenn das so was passiert, dann natürlich mit Unterbodenschutz arbeiten. Fertig. Ne, dann hält das auch länger. Dieser Taxi ist, glaube ich, froh, dass er mich jetzt hat. Weil davor die Probefahrt meist ja noch... Ja. Mit den ganzen Geräuschen. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, was für Geräusche er danach hat. Ja, bestimmt so. Wir... Ja, wissen wir nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn wir eine Achsehörnissung machen. Und eine Probefahrt. Machen wir das ein. Ne? Ja, haben wir sehen. Und die Bremsleitung, die machen wir bei der Inspektion mit. Direkt. Okay. Okay. Danke schon fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr liked. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in der Kraftsituation. Nicht anfassen. Bis dann. Und rein. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich schreibe die Kamera, ne? Hey, das ist ein schönes Ronto. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020